Love, 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 I am pure, love, 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 I am love. Herzlich willkommen in 2020. Wir haben es geschafft, wir sind im Januar und vor uns liegt ein wundervolles neues Jahr mit 12 Monaten Möglichkeiten. Oder siehst du das anders? Ich habe vor kurzem ein Gespräch gehört, wo eine Frau zu anderen gesagt hat, ich wünsche dir ein gutes neues Jahr, aber glaubst du, dass es wirklich besser wird? Und die andere Dame überlegte kurz und sagte, nein, ich glaube, es wird schlimmer. Und du? Und die erste, die gefragt hat, sagte so, ich glaube auch. Und da muss ich sagen, ich weiß nicht, geht es dir auch so? Ich habe überlegt, ob ich das jemals in irgendeinem Jahr gesagt oder gedacht habe. Denn ich hatte immer das Gefühl, es muss was besser werden. Es muss besser werden, es kann besser werden und ich schaue, dass es besser wird. Aber dass ich gesagt habe, es wird schlimmer, das hatte ich Gott sei Dank noch nie. Aber es gibt sehr, sehr viele Menschen da draußen und vielleicht gehörst du dazu, die auch so denken, die sagen, es kann nicht besser werden, es kann nur schlimmer werden. Denn es ist ganz klar, ich höre ja jeden Tag Nachrichten, ich sehe jeden Tag die Zeitungsartikel. Die Welt ist einfach schlimm. Und ich muss sagen, ich empfinde das nicht so. Ich glaube nicht, dass etwas schlimmer wird. Wenn sich etwas verändert, wird es immer besser. Es liegt in deiner Hand. Ich weiß nicht, ob du dir das Video schon mal von mir angeschaut hast. Gesetz der Anziehung. Das ist echt ein ganz, ganz wichtiges Gesetz. Das heißt, alles, was du dir ausdenkst, also alles, was du denkst, wird Wahrheit. Und wenn du dieses Gesetz kennst, dann weißt du, wie es der Frau gehen wird. Wenn sie sagt, alles wird schlimmer, dann wird es auch so. Denn es ist wie ein Gebet, auch wenn du es nicht beten wolltest. Wenn du sagst, alles wird schlimmer, dann sagt das Universum, dein Wunsch sei mir Befehl, alles wird schlimmer. Und das ist jetzt kein Witz, das ist wirklich so. Und deswegen möchte ich dich darauf hinweisen. Ich möchte dir das ans Herz legen. Ich bitte dich darum, verändere sofort deine Gedanken. Denn es wird nichts schlimmer, wenn du es dir nicht ausdenkst. Wenn du sagst, alles wird besser, es wird schöner, es wird leichter, es wird... Ich werde glücklicher. Ich werde den Job bekommen, den ich haben möchte. Ich werde den Partner bekommen oder die Partnerschaft sich so verändern, wie ich das gerne möchte. Ich werde die Beziehungen harmonisieren. Ich werde alle meine Probleme auflösen. Ich werde alle meine Blockaden lösen. Ich werde meiner Vergangenheit nachräumen. Ich werde aufräumen mit allem, was ich noch nicht kann. Alles, was ich verkehrt gelernt habe. Alles, was ich verkehrt abgeschaut habe und so weiter. Ich werde meine Wände, die ich um mich herum gebaut habe, einreißen. Und wenn du auch so denkst und du glaubst, es gibt da noch Potenzial und du schaffst es nicht alleine, dann würde ich dir gerne meine Live Love Glücksakademie ans Herz legen. Du hast jetzt noch drei Tage bis zum 8. Januar Zeit, dich anzumelden. Dann beginnt sie schon. Es ist ein Webinar, dass du dir einteilen kannst, wie du es dir angenehm machen möchtest. Du kannst es auf acht Wochen machen, du kannst es auf drei Monate machen, du kannst es auf ein Jahr machen. Nur kürzer geht es nicht. Es geht nur auf acht Wochen. Du bekommst jede Woche Videos und Audios, die ungefähr eine Stunde beanspruchen. Das ist wirklich nicht sehr zeitaufwendig. Du schaffst das und es ist auch wirklich günstig, muss ich dazu sagen. Und ich weiß nicht, ob du dir die Kundenfeedbacks der letzten Teilnehmer von April schon durchgelesen hast. Denn es sind durchweg positive. Ich habe kein negatives bekommen. Den Menschen geht es jetzt viel besser. Die haben so viel gelernt. Die haben so viel Neues gemacht. Die haben so viele alte Freunde verabschiedet, die ihnen nicht gut getan haben. Die haben Grenzen gesetzt. Die haben ihr Ego nicht mehr aufplustern lassen. Die haben finanzielle Fülle erlangt. Die haben Beziehungen harmonisiert. Die haben den Job vielleicht bekommen, den sie gerne haben möchten. Oder sind dabei, den zu bekommen und alles zu verändern. Es geht nicht von heute auf morgen, aber es geht. Es funktioniert wirklich. Und ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Also melde dich an. Wenn du nicht möchtest, dass es schlimmer wird, melde dich an. Dann unter der Glücksakademie auf meiner Homepage. Den Link schreibe ich dir unter dieses Video. Und ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Du hast acht Wochen mich an deiner Seite. Ich helfe dir. Ich begleite dich. Du bist nicht alleine. Und trotzdem machst du es alleine. Also du bist auch anonym. Du musst nichts darlegen. Du musst nichts erzählen. Du kannst es für dich selber machen. Du kannst aber auch in unserer Facebook-Gruppe dich austauschen. Also es ist alles möglich und es ist wirklich ein wunderbares Tool, das ich da erschaffen habe. Und vielleicht hast du Lust und Interesse daran. Schau es dir an. Melde dich an. Ich würde mich freuen auf dich. Und ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen neuen Start für 2020. Du bist perfekt. Du bist wundervoll. Du wirst geliebt. Love, 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 I am pure love, 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 I am love.